Der Schussgesagt in Kines von Salo Scharabde, Pate Arginhoff. Und 1-2 der Pausenstand. Für einmal Entlastung der Freistoß, Valori. Und dann Riesenbock von Wölkli, Spezialkamera, da ging er über den ganzen Platz. Und so wie er da geht, da sieht man, der rockförmig der Ball hier zu mir kommen. Was muss das für eine Wohlfahrt sein? Da kapiert er immer.